So, wir fahren jetzt nach Brandenburg. Da steht auf dem Marienberg ein so komisches Zeichen. Wir wollen mal gucken, was es damit auf sich hat. So, wir sind jetzt oben auf dem Marienberg und vor uns ist dieses seltsame Zeichen zu sehen. Wie Sie sich jetzt sicherlich schon gedacht haben, handelt es sich um ein Zeichen der optischen Telegrafenlinie von Preußen, die von 1832 bis 1852 in Betrieb war. Das Gebäude, das wir sehen, gehört zur Hochbehälteranlage der Brandenburger Wasserwerke. Rechts und links sieht man, wie Wein angebaut wird. Es gibt auch einmal im Jahr ein Weinfest hier oben. Sehr schön jetzt diese Attrappe zu sehen. Sie wurde im Jahr 2015 eingeweiht, anlässlich der Bundesgartenschau, die hier stattgefunden hat. Unter anderem hier in Brandenburg. Ja, und wir gucken gleich mal, wie es früher mal ausgesehen hat. So, hier ist ein historisches Foto aus der Zeit. Rechts sieht man die Signalstation. So, hier einmal der Querschnitt durch solch eine Anlage. Und hier sehen wir gleich mal die verschiedenen Zeichen, die durch die Signalstellungen abgebildet werden konnten. So, wir lassen uns noch mal die Station zeigen hier. Sehr schön dort oben. Mein Freund Frank Riebel, der jetzt nach oben gegangen ist, wird die weitere Führung übernehmen. Hier ist die Friedenswarte auf dem Marienberg. Früher war das mal der Bismarckturm. Und neben dem Bismarckturm war ein Wasserturm gewesen. Den gibt es auch nicht mehr. Deshalb gibt es hier so ein Hochwasserbehälter, wo ein Weinberg angelegt wurde. In dem sind wir jetzt gerade. Und über den Weinberg hinweg sieht man den Telegrafen in voller Schönheit. Ja, sogar oben eine Kamera, die Rundumblick hat. Ja, nun werden wir mal rangehen. So, das ist er nun voller Schönheit. Steht am Rande vom Weinberg. Aber wenn man direkt davor steht, kann man mit der Kamera nichts mehr sehen. Der Turm heißt Friedenswarte. Und da steigen wir jetzt einmal hinauf. Und ja, haben jetzt diesen schönen Rundblick. Und lassen Sie jetzt bei schöner Musik damit allein. Genießen Sie den Blick. Und wir sagen schon mal auf Wiedersehen. Wir freuen uns dann, wenn Sie bei unserem nächsten Film wieder dabei sind. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.